Hi, hier ist wieder Markus und ich heiße dich willkommen zurück in der Zwergenfestung. Nach dem kürzlichen Steam Release habe ich noch keine so krasse Interaktion mit meinen Videos erlebt, seit es diesen Kanal gibt. Daher erst einmal ein herzliches Hallo an all die vielen neuen Abonnenten, besonders die, die ich noch nicht bei Discord begrüßen konnte. Mit so einem Run habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet und meine bisherigen Tutorial-Videos werden derzeit mehr gesehen als irgendwann sonst. Aber zu Recht, für mich hieß es schließlich auch in den letzten Tagen spielen, spielen und nochmal spielen. Um mir selbst ein Bild zu machen. Und wenn ich bislang eines gesehen habe, dann ist es, dass meine Tutorials weiterhin Bestand haben. Vielleicht bist du auf die ein oder andere Anmerkung zu Tastaturbefehlen und die nun etwas anders aussehende Oberfläche. Eben weil sich die Technik dahinter kaum geändert hat. Meine ersten etwa 30 Stunden mit der aufpolierten Version von Dwarf Fortress haben dennoch einen ganz eigenen Eindruck hinterlassen. Und diesen möchte ich dir heute hier präsentieren. Und zwar gleich nach dem kurzen Intro. In diesem Video zeige ich dir meinen ersten Eindruck von der Steam-Version von Dwarf Fortress. Ich zeige dir, was aus meiner Sicht gut geworden ist, was ich mir persönlich gewünscht habe oder auf was ich weiterhin hoffe, was hätte besser sein können und welche Fehler mir bislang über den Weg gelaufen sind. Eine kleine Warnung vorab. Ich bin beim Auseinandernehmen dieser Version ehrlich und vielleicht auch in manchen Punkten eventuell ein wenig penibel. Natürlich fließt dir auch mein persönliches Empfinden ein. Ob diese Punkte aber für dich letztendlich auch relevant sind, musst du am Ende für dich selbst entscheiden. Einen Anspruch auf Vollständigkeit kann ich nicht garantieren, da auch ich noch nicht alle Funktionen vollumfänglich getestet habe. Aber fangen wir erstmal an. Was direkt als erstes ins Auge springt, sind natürlich die vielen liebevoll gestalteten Grafiken, in denen Dwarf Fortress nun erstrahlt. Für die User, die nun sagen, endlich gibt es für Dwarf Fortress mal ein Grafikset anstatt der ASCII-Grafik, und das habe ich jetzt schon endlose Male in den Reviews von Steam gelesen, denen muss ich leider sagen, ihr habt einfach nicht über den Tellerrand gesehen. Von Hause aus gab es das natürlich nicht, aber mindestens alle meine Abonnenten wissen, dass es bereits seit etlichen Jahren Tilsets für die klassische Version gibt, die den Spielern nicht mehr raten lassen mussten, was er gerade vor sich sieht. Und einige davon, wie zum Beispiel mein Favorit Wettlinger, waren gar nicht so übel und sogar recht aufwendig gestaltet. Dennoch habe ich nicht ein Tilset gesehen, welches wirklich alle im Spiel möglichen Objekte und Kreaturen abdeckte, so dass immer noch ein kleiner Teil aus Buchstaben und Sonderzeichen bestand. Das ist aus meiner Sicht jetzt so konsistent wie nie zuvor und lenkt nicht mehr vom eigentlichen Spielgeschehen ab. Zudem gibt es jetzt eine relativ gut erkennbare Karte. Das war vorher eher semi-gut gelöst. Okay, seien wir mal ehrlich, ich habe sie schlichtweg nicht genutzt, weil ich darin fast nichts erkannt habe. Sehr gut geworden ist definitiv auch der Soundtrack von Omar Dabous, oder kurz Dabu, welcher mich allerdings recht häufig an Nothing Else Matters von Metallica erinnert. Auch wenn die Musik von Dwarf Fortress in Fleisch und Blut übergegangen ist, waren diese gelupten 2 Minuten Gitarrenriff für mich irgendwann zu viel, so dass ich sie durch alternative, stimmungsvolle Musik über Spotify ersetzt habe. Den Link dazu findest du übrigens in der Videobeschreibung. Die neue Musik hingegen ist deutlich besser geworden und hat auch einen deutlich höheren Qualitätsanspruch, so dass das nun nicht mehr notwendig ist. Gehofft habe ich hier ehrlich gesagt ein wenig auf richtige Sounds zu den jeweiligen Tätigkeiten oder Workshops, anstatt nur etwas wechselnder Ambient Sounds. Ich meine nicht, dass ich sie zum Spielen unbedingt brauchen würde, aber es hätte ein wenig mehr zur Stimmung beigetragen. Mit der jetzigen Ambiente ist es aber auch schon stimmungsvoller geworden. Kommen wir mal zu den technischen Details. Ich wette, viele andere deutsche und andere als englischsprachige Spieler haben auch auf ein multilinguales Interface von Hause ausgehofft, damit man die Sprache wechseln kann. Dem ist leider nicht so. Die Entwickler haben das für die Zukunft auch leider ausgeschlossen. Dort heißt es, Nein, tut uns leid, dass es aufgrund der Art und Weise, wie die Sprache im Spiel gehandhabt wird, nicht machbar. Unser bester Vorschlag ist derzeit die Verwendung von automatischen Übersetzungswerkzeugen für Text auf dem Bildschirm, was einigen Benutzern geholfen hat. Sprich, zum Beispiel Diepel oder Leo verwenden. So habe ich es in der Vergangenheit auch gehandhabt, wo es nötig war. Einer direkten Übersetzung im Spiel bin ich daher weiterhin ziemlich pessimistisch gegenübergestellt. Aber es gab auch schon für das klassische Dwarf Fortress ein Übersetzungsprojekt und jetzt wurde kürzlich für die Steam-Version bereits ein neues Projekt initiiert, für welches sogar einige Teile aus der klassischen Version übernommen wurden. Es kann zwar erstens noch länger dauern, bis es abgeschlossen ist und zweitens bin ich nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass die Texte einer Deutschklausur der fünften Klasse standhalten würden, jedoch ist es tatsächlich bereits möglich, Teile des Spiels übersetzen zu lassen. Hier ein kleiner Vorgeschmack mit den ersten Übersetzungsfragmenten. Wenn du Interesse hast, wie das funktioniert, gib mir gerne in den Kommentaren Bescheid, ob ich dazu mal ein Tutorial machen soll. Darüber hinaus ist das Speichern jetzt viel besser geworden. Früher hattest du nur die Möglichkeit zum Speichern und Beenden des Spiels. Das heißt, dein letzter Spielstand wurde in jedem Fall immer wieder überschrieben. Wolltest du ein Backup haben, musstest du das Savegame im Spielverzeichnis extra sichern bzw. duplizieren. Das wurde nun viel komfortabler gestaltet. Neben dem bekannten Speichern und Verlassen ist jetzt ein Zwischenspeichern, ohne das Spiel zu verlassen, endlich jederzeit möglich. Beim Zwischenspeichern kann der Spielstand aber zudem auch benannt werden und wird auch zukünftig nicht mehr überschrieben, ohne dass du es erzwingst. Beim Verlassen und Speichern wirst du immer gefragt, ob du deinen jetzigen Spielstand überschreiben möchtest oder einen neuen Ordner anlegen möchtest. Wobei mir noch nicht so ganz der große Vorteil bewusst ist zwischen dem Speichern in deiner neuen Timeline oder dem Speichern in separaten Ordnern. Cloud Save, also das Speichern in der Cloud bei Steam wäre sehr wünschenswert gewesen. Nicht nur für Backups, sondern auch für das Wechseln zwischen verschiedenen Geräten, wie ich es selbst häufig praktiziere. Meine Alternative in diesem Fall, wenn du die Möglichkeit dazu hast, einfach auf einen zentralen Speicher wie dem NAS installieren und von jedem Gerät aus auf die gleiche Art starten. Bei mir laufen die meisten Steam-Spiele ohnehin nur von meinem Server, weswegen ich anfangs auch gar nicht gemerkt habe, dass Dwarf Fortress gar nicht die Steam-Cloud nutzt. Ein Detail, welches sicherlich auch neuen Spielern beim Einstieg helfen wird, ist die neue In-Game-Hilfe. Neben vielen Pop-Ups gibt es nun auch eine Art Losar, welcher dir diverse Dinge im Spiel erklärt. Dieser gute Punkt ist auch gleichzeitig mein erster Kritikpunkt, denn die Hilfe wirkt auf mich eher oberflächlich wie eine nicht zu Ende implementierte Vision einer Hilfe. Ich begrüße das Feature ernsthaft, aber mir fehlen einfach irre viele Dinge darin. Man könnte meinen, dass man bei der Entwicklung Rücksicht auf mich genommen hat, sodass ich auch noch etwas zu erklären habe. Nun gut, warten wir mal die kommenden Updates ab. Und wo wir gerade bei der Hilfe sind, an einigen Stellen gibt es schöne Pop-Ups, die dir erklären, was du an dieser Stelle gerade siehst, zum Beispiel auf dem Boden der Karte. Früher war das das Anschauen mit dem Look-Befehl mit der Taste K. Darüber hinaus hast du nun aber auch Hilfen in den Menüs. Ziemlich cool, wenn du dich gerade etwas verloren fühlst. Aber auch hier scheint es noch nicht ganz vollständig implementiert zu sein, wie zum Beispiel bei den Nobles and Administrators. Hier gibt es beispielsweise eine Erklärung für den Broker, aber nicht für den Messenger. Der Planning Mode von DEFEC fehlt mir persönlich sehr. Damit konnte man im Voraus planen, wo welche Teile, zum Beispiel Türen, Betten, Tische, Stühle, eingebaut werden, bevor sie überhaupt gefertigt wurden. Ohne diesen Modus muss ich nun erst warten, bis alle Teile hergestellt wurden, bis ich sie verbauen lassen kann. Ebenfalls gehofft habe ich auf einen Berufsmanager, ähnlich wie dem Dwarf Therapist. Die neue Art, wie man Berufe zuweist, ist zwar im Grunde einfacher und schneller, aber für Umsteiger etwas gewöhnungsbedürftig. Die Skill-Analyse, um darüber schnell Tätigkeiten zu aktivieren oder zu deaktivieren, fehlt mir aber sehr. Ich hoffe, die Unterstützung für den Dwarf Therapist kommt bald. Die Tastenbelegungen sind besonders für Spieler der alten Version etwas ungewohnt, weswegen ich mir erstmal einige Tasten umbelegt habe. Das Mausrad nach oben heißt für mich eigentlich immer reinzoomen, was beim tatsächlichen Zoom in Kombination mit der Steuerungstaste auch passiert. Allerdings kann man damit, ohne die Steuerungstaste, auch die Etagen wechseln. Mausrad nach oben heißt im Standard, dass man sich auch in den Etagen nach oben bewegt, also ähnlich wie beim Zurückzoomen. Das war zumindest für mich so verwirrend, dass ich es unbedingt vertauschen musste. Ebenso wie das Wechseln der Etagen mit E und C. Das habe ich mir wieder auf größer und kleiner gelegt, wie ich es von der klassischen Version gewohnt war. Jetzt kommen noch ein paar Dinge, die mich persönlich wirklich nerven oder tatsächlich Bugs im Spiel sind. Zur Auflösung. Ich spiele gern in 4K, da mein Monitor es eben hergibt. Das hat bei dem klassischen Dwarf Fortress auch schon gut geklappt. Mit der Standardeinstellung in der Steam-Version hat man das Problem, dass das Interface so dermaßen vergrößert wird, dass man beispielsweise beim Tutorial Schaltflächen in einem Dialogfenster anklicken muss, welches von einem anderen Fenster aufgrund der Größe überlagert wird. Man kann die Reihenfolge der Überlagerung nicht ändern und nur raten, dass man nun diese angedeutete Schaltfläche klicken muss. Das führt sich wirklich danach an, als hätte das vor dem Release niemand getestet. Der User weiß ja vom ersten Spielen des Tutorials auch nicht, welche Videoeinstellungen eventuell wo geändert werden müssten. Ebenso wie die Anzeige diverser Texte wie bei den Stockpiles. In der Standardeinstellung ist das Menü einfach nahezu unbrauchbar. Ändert man allerdings in den Einstellungen die Interface-Vergrößerung, also Designed Grid Height for Scaling, in meinem Fall auf 110, dann sieht es schon viel besser aus. Wie auch immer, wenn man erst einmal die Auflösung richtig eingestellt hat, kann man generell mit dem Stockpile-Menü arbeiten. Aber warum zum Geier kann man die Stockpile-Kategorien nicht per einfachen Klick ein- und ausschalten, wenn sie noch Unterpunkte haben. Tierisch nervig, für jede Kategorie immer zwei Klicks ausführen zu müssen. Anfangs ist es mir häufig passiert, dass ich beispielsweise mit dem Mining beginne und dann eine Benachrichtigung checken möchte. Klicke ich bei den Benachrichtigungen gegebenenfalls nicht direkt auf den Button zum Wechseln zum Ort des Geschehens, wähle ich unbewusst Dinge im Hintergrund aus. Ja, es war zwar anfangs eine Fehlbedienung meinerseits, weil ich auf den Text des Dialogfensters geklickt habe, einfach weil ich es nicht besser wusste, aber man rechnet definitiv nicht damit, dass man Aktionen hinter einem Fenster ausführt, da das jeglicher Logik widerspricht. Leider kann man auch nicht mehr sehen, was die Zwerge gerade transportieren. Bei der alten Version war das so schön sichtbar, jetzt sieht man nur, dass die Gegenstände nach Berührung mit einem Zwerg verschwinden und woanders wieder auftauchen. Wenn man einen Zwerg anwählt, kann man zwar lesen, was er gerade transportiert, aber visuell sehen kann man es eben nicht. Besonders beim Abtransport vieler Ressourcen oder beim Bewegen vieler Zwerge bemerke ich immer wieder, dass das Spiel in periodischen Zyklen hängt, anstatt dass es so flüssig wie die alte Version durchläuft. Das scheint bei mir aber auch ein Effekt der hohen Auflösung in 4K zu sein. Wenn ich das Fenster verkleinere, läuft es flüssiger. Da die Grafik jetzt nicht so tierisch aufwendig ist und ich auch eine zügige GeForce RTX Grafikkarte verbaut habe, dürfte das meiner Ansicht nach nicht sein. Auch wenn es ganz klar spielbar ist, nervt es ein wenig. Während das Spiel läuft, bemerke ich auch häufig, dass vermutlich aufgrund der Auslastung einige Mausklicks nicht angenommen werden. Das ist hier leider schlecht demonstrierbar und da man die meisten Aktionen vermutlich ohnehin während einer Pause ausführt, ist es auch nicht so wild, aber es fällt durchaus auf. Wenn du die Gesundheit deiner Zwerge prüfen möchtest, klickst du einen Zwerg an und wählst die Registerkarte Health aus. Darunter findest du dann einen generellen Status, Wunden und so weiter. Möchtest du einen weiteren Zwerg prüfen, klickst du ihn an und die ausgewählte Registerkarte springt wieder zurück auf Overview. Man klickt wieder auf Health und so weiter. Eine Übersicht der Gesundheit aller Zwerge? Fehlanzeige. Ich habe zumindest noch keine solche Übersicht gefunden. In Dwarf Fortress Classic gab es das und noch eine bessere Übersicht im Dwarf Therapist. Derzeit ist das sehr mühsam, so die Festungsgesundheit zu monitoren. Auch ist für mich die Verwaltung von Work Orders noch verbesserungswürdig. Bei der Priorisierung in Dwarf Fortress Classic war es möglich, einen neuen Arbeitsauftrag mit der Taste T nach ganz oben in der Prioritätsliste zu schieben oder wahlweise pro Tastendruck auf P jeweils um eine Stufe nach oben. Nun kann man mit einem Mausklick die Priorität jeweils nur eine Stufe nach oben schieben. Die Maus wird danach aber nicht neu positioniert, sodass man sich nach jeder Erhöhung in der Liste neu zurechtfinden muss und auf den nächsten Button zielen und klicken muss. Das ist bei breiten Listen erstens schlecht erkennbar und dauert zweitens bei längeren Listen unnötig lange. Drag & Drop wäre für mich hier State of the Art gewesen. Gibst du das Glätten von Wänden in Auftrag, um den Wert und die Schönheit deiner Festung zu erhöhen, so wird der markierte Bereich für dich kenntlich gemacht, wie beispielsweise beim Graben. Problematisch ist aber hier, dass man fast nichts mehr hinter der Markierung erkennen kann. Glücklicherweise kann das mit dem Mod See-Through Smoothing Designations kompensiert werden. Damit können diese Overlay-Symbole transparenter gemacht werden. Diese Workshop-Erweiterung muss allerdings bereits aktiviert werden, wenn die Welt generiert wird. Und noch zuletzt, passend zu meinem letzten Tutorial, ist mir aufgefallen, dass die Druckplatte nun nicht mehr so eingestellt werden kann, dass sie auf die Wasserhöhe 0, also fehlendes Wasser, reagiert. Hier muss also mit Extraschaltern gearbeitet werden. Ich bin mir fast sicher, dass das offenbar in der Programmierung schlichtweg vergessen wurde. Tja, und mein Fazit? Auch wenn ich zum Ende hingefühlt kaum ein gutes Haar im Spiegel lassen habe, es einige nervende Bugs gibt und diverse Vereinfachungen fehlen, die man durch Dave Hack gewohnt war, ist die neue Version von Dwarf Fortress dennoch einfach ein saugeiles Game geworden und erleichtert neuen Spielern den Einstieg in so ein komplexes Spiel ungemein. Und das ohne es sich mit externen Tools überhaupt erst zugänglich machen zu müssen. Alteingesessene Dwarf Fortress-Spieler dürften aus meiner Sicht keine allzu großen Schwierigkeiten gehabt haben, sich in der neuen Version zurechtzufinden. So habe ich das in der Diskussion auf meinem Discord-Server auch von anderen Spielern wahrgenommen. Wenn man erst einmal weiß, wo man was findet, geht der Rest praktisch von allein. Von mir gibt es auf jeden Fall einen ganz klaren Daumen nach oben für die neue Steam-Version und vielleicht ja auch von dir für dieses Video. Mir macht die neue Version schon sehr Spaß und ich denke, die nächsten Patches werden sicherlich einige der erwähnten Kinderkrankheiten angehen. Für mich stellt sich jetzt nun die Frage, ob ich jetzt auch weiterhin Tutorials für die klassische Version machen soll oder mich lieber ausschließlich auf die neue Steam-Version stürzen soll und ob ich alte Themen neu aufbereiten oder lieber gleich neue Themen behandeln soll. Du kannst mir ja dazu mal deine Meinung in den Kommentaren mitteilen. Ich hoffe zumindest, ich habe dir hiermit einen guten Überblick über das Spiel geben können beziehungsweise über ein bisschen Änderungen und freue mich nun auf dein Feedback.